So, damit kommen wir jetzt zum dritten Teil und den würde ich dann lustigerweise, glaube ich, einfach mal nennen Gehirn-Fick, weil der hat tatsächlich mein Gehirn gerade ganz schön gefickt, da ich musste da echt erstmal schauen, wie ich da selber mit klarkomme. Hintergrund ist eben derer, das habe ich euch gerade schon erläutert. Wir haben hier oben die Modulposition, Top Content und hier haben wir die Sub-Navigation. Und natürlich soll das Ganze jetzt so sein, dass der User da nicht großartig rumstellen muss. Das heißt also, wir müssen also komplett in unserem Template das Ganze schon so vorbereiten, dass Sub-Lot hier sauber geladen wird und dass in diesem Fall der Content nicht mehr erst in dem weißen Bereich beginnt, sondern dass der tatsächlich schon hier oben beginnt und in dem weißen Bereich weiterläuft, aber hier trotz alledem unsere Modulposition stehen bleibt. Weil ich kann natürlich dem Kunden jetzt nicht vermitteln, dass ausgerechnet bei den Produktdetailseiten an dieser Modulposition irgendwas verändert wird. Das heißt also, ich muss das Ganze sauber über Overrides lösen. Und wir gucken uns dafür nochmal eben mein eigen geklöppeltes Beispiel hier an. Ich mache das jetzt mal eben mit dem Firebug. Ach, ihr seht auch, ich habe jetzt hier übrigens auch über Rotation das Karussell noch ein bisschen gedreht, damit es auf die Ellipse passt. Also wir haben hier wie gesagt eine Position. Wir haben hier unsere gesamte Position Top Content und wir haben hier dann noch einmal die Position für das Menü und eben unten unseren Content. In diesem Fall, wie gesagt, muss ich das Ganze jetzt ein bisschen aufsplitten. Und jetzt kommt der Witz. Ich habe am Anfang tatsächlich versucht, ich mache das mal eben hier alles zu, Detailseite, die mache ich auch mal zu. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Mache ich auch mal zu. Okay, die Index behalte ich mir mal. So, die kann auch zu. Die Default Komponent Template Details, XML kann auch erstmal zu. Und das kann auch erstmal zu. So, wir haben jetzt hier dann also unsere Indexdatei. Und ich habe tatsächlich am Anfang versucht, das Ganze über Count Modules zu lösen. Das heißt also, ich habe hier wirklich dann die verschiedenen Cases eingebaut. Das heißt, wenn der Viewer eingeschaltet ist, dann soll das und das passieren und eben die anderen Sachen in sich zusammenfallen. Wenn der Slider eingeschaltet ist oder der 3D, also zu dem Slider sind wir noch gar nicht gekommen, aber wenn der eingeschaltet ist, soll das und das passieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe das alles hier in der Indexdatei gelöst und war auch erstmal gar nicht so schlecht. Das hat sogar soweit auch funktioniert. Das Problem allerdings ist, dass Sablot sich in diesen Bereich Komponent eben hineinlädt. Das heißt also, ich hatte das also eben schon immer so, dass dieser Top Content oder diese Section oben, eben dieser blaue Bereich, den ihr gesehen habt, der wurde schon immer im Index-Template geladen. So, das heißt, ich hatte dann in dem Fall keinen Zugriff mehr darauf in Sablot. Deswegen seht ihr jetzt auch in diesem Beispiel noch, dass hier unten der Rotator quasi im Inhalt drin hängt und der müsste ja eigentlich aber hier oben stehen. Der darf ja gar nicht unten in diesem Inhalt drin hängen. Das wollen wir ja nicht. Das heißt also, in diesem Fall blieb mir jetzt tatsächlich nichts anderes übrig, außer meine Indexdatei auf das absolute Minimum zusammen zu stauchen. Ihr seht ja, es ist fast nichts mehr drin. Wir haben jetzt hier den komplett umschließenden Wrapper. Wir haben hier oben einen Header. In diesem Header ist das Logo drin. Da ist die Modulposition für die Hauptnavigation drin und eine Modulposition für die Breadcrumb. Und dann kommt schon direkt die Komponente und ihr seht, hier passiert erstmal nichts mehr. Das heißt also, all diese ganzen Sachen, Artikel-ID, Item-Page und so weiter und so fort, die werden hier gar nicht mehr aufgerufen. Und wie gesagt, weil ich auch dazu neige, eben den ganzen Scheiß schnell wieder zu vergessen, habe ich mir in die Index-PHP einen kleinen Verweis, einen kleinen Kommentar reingeschrieben. Und da steht eben drin, Inhalt und weitere Module in Com-Content-Artikel-Default. Das heißt also, in diesem Fall bin ich wirklich hingegangen und habe all den ganzen Klumpatsch in die Com-Content-Default ausgelagert. Und ihr werdet jetzt einen Schock kriegen, das Ganze ist natürlich enorm. Also hier ist jede Menge drin. Und um euch nochmal eben zu zeigen, wo man das eben findet. Ich habe mir also hier aus dem Ordner Components, Com-Content, Views, Artikel, Template und die Default rausgeholt. Wie gesagt, in diesem Fall habe ich das jetzt so bauen können, weil ich jetzt schon ganz genau weiß, dass der Kunde auf der Seite bei dem Zusammenbau, wie sie aktuell ist, keine Kategorien oder sowas benötigt. Das heißt also, in diesem Fall kann ich mich tatsächlich darauf beschränken, einfach die Default-PHP für den Artikel anzupassen, weil diese Darstellungen, die wir hier machen wollen, die lassen sich tatsächlich komplett über jeweils einen einzelnen Beitrag bzw. über das Erstellen von diesen Zapplot-Beiträgen lösen. Das heißt, ich konnte hier wirklich alles eben ausgliedern. So, und jetzt haben wir es so gemacht, oder ich habe es jetzt in diesem Fall so gemacht, dass ich dieses Count Modules in den Override mit eingebaut habe. Und es gibt von mir auf YouTube bereits ein Video zu meinem Joomla-Tutorial, der Teil 11, da erkläre ich euch, wie man Count Modules in einen Override einbaut. Normalerweise ist das Count Modules ja hierfür gedacht. Das heißt, es wird im Endeffekt gezählt, ob auf einer Modulposition Inhalt besteht. Also zum Beispiel, ob ihr auf der Modulposition Main Navigation etwas dargestellt habt. Wenn dort etwas dargestellt wird, dann wird das eben angezeigt. Wenn nicht, dann kann man eben dafür sorgen, dass hier diese Nav-ID eben gar nicht mehr dargestellt wird. Das heißt also, das Ganze kollabiert in sich. Man nennt das Ganze auch kollabierende Spalten oder Collapsing, wie auch immer. Das heißt also, hier hat man die Möglichkeit, über Count Modules dafür zu sorgen, dass wenn eben kein Modul auf einer Modulposition dargestellt wird, dass etwas anderes dargestellt wird, als wenn wir eben ein Modul an hätten. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier so gebaut und wir können jetzt hier mal eben reingucken. Ich habe jetzt auch hier mir versucht, das wieder auszukommentieren. So, und das ist jetzt der Bereich für die Darstellung mit dem Karussell. Dann haben wir hier eine Darstellung für den Slider. Also da kommt noch ein Slider zu, bei dem, soweit bin ich jetzt aber noch nicht, dass ich euch den zeigen könnte. Bis hier unten. Und zu guter Letzt haben wir dann die Darstellung für den 3D-Rotator. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz eben vielleicht, wenn ich das jetzt noch zur Hand habe, wie so eine Datei im Original aussieht. Im Original ist das hier die Default-PHP von dem Com-Content. Das heißt, hier oben wird erstmal eine H1-Überschrift ausgegeben, wenn es denn halt eben der Fall ist, dass ihr diese H1-Überschrift mit einstellt, diese Seitenüberschrift. Hier geht es dann weiter mit unserem ganz normalen Dokumententitel. Hier noch von mir umschlossen mit einem Header. Hier oben auch ein Header. Dann kommt hier die Artikel-ID, Artikel-Text. Wir haben hier dann die Ausgabe für die verschiedenen Icons. Wir haben hier dann Display-Title und so weiter und so fort. Das heißt also, hier wird komplett die Ausgabe für einen einzelnen Beitrag zusammengesetzt. Und in diesem Fall, bei mir habe ich es jetzt so gemacht, dass wir hier oben eine Abfrage drin haben. Das heißt, es wird jetzt hier erstmal gefragt über dieses Count Modules. Das hier, wie gesagt, ist übrigens jetzt die Nutzung von Count Modules in einer Komponente. Man muss da ganz klar unterscheiden. Ich zeige vielleicht eben ganz kurz auch mal. Ich habe mir extra die Wasser-ins-Regnet-Seite runtergeladen, damit ich das auch mal zeigen kann. Also normalerweise sieht das Count Modules so aus. Das heißt also, hier wird geprüft, if Discount Modules, also wenn auf der Sidebar 1 oder Sidebar 2 oder Sidebar 3 Inhalt ist, dann stellt das Ganze so dar. Oder Else, wenn eben kein Inhalt da ist, dann gibt er eben direkt die Message-Komponent aus. Und hier wird das Ganze mit einem End-If geschlossen. Also hier nur mal der Vergleich. So sieht das Ganze aus, also das Count Modules, wenn man es in der ganz normalen Index-Datei benutzt. Und wenn man das halt eben in einem Override benutzt, in diesem Fall also dem Override für den einzelnen Beitrag, müssen wir hier oben aufrufen, PHP, dann die Variable Document, JFactory, GetDocument. Und dann können wir hier über diese Anweisung ein Modul zählen. In diesem Fall stellen wir jetzt erstmal fest, ist das Modul Viewer eingeschaltet. Also befindet sich hier ein Modul drauf und ist auch aktiviert, dann gibt er uns eben diesen ganzen Käse aus. Das heißt also, in diesem Fall habe ich jetzt eigentlich das, was normalerweise in die Index-Datei gehört, wie zum Beispiel der Top-Content und so weiter und so fort, den habe ich jetzt komplett in die Ausgabe des Overrides ausgelagert. Das heißt, ich habe das komplett hier rüber geschoben, damit ich das sauber zusammenbauen kann. Jetzt wird hier als nächstes wieder ein Modul eingebunden. Auch das ist nämlich so eine Problematik. Normalerweise bauen wir ein Modul ja so ein. J-Doc Include, Type Modules und so weiter und so fort. Und in diesem Fall haben wir es hier gemacht über die Variable Modules, GetModules. Hier in diesem Fall geben wir den Modulnamen an und hier wird das Ganze dann gerendert. Das heißt also auch, das Darstellen eines Modules ist im Override ein bisschen anders als in der eigentlichen Index-Datei von Joomla. Das heißt also auch hier muss man dann eben Anpassungen vornehmen. Und das heißt, hier wird jetzt eben abgefragt, wenn der Viewer eingeschaltet ist, dann soll er eben halt hier eine Section-ID Top-Content darstellen, in der dann auf der linken Seite die Sub-Navigation dargestellt wird. Auf der rechten Seite eben der Viewer. Auf der Modulposition Viewer habe ich jetzt für mich das Karussell gesetzt. Meinetwegen hätte man da jetzt auch eben Karussell schreiben können, muss ich dann halt einfach der Sauberkeit halber für den Kunden nochmal eben verändern. Dann gibt es hier noch eine weitere Besonderheit, denn der Kunde hat das so gewollt, dass auf der Startseite eben kein reiner Fließtext ist, sondern auf der Startseite sollen dort, wo der Inhalt ist, eben wieder eigentlich zwei Module dargestellt werden. Also nicht ein eigentlicher Inhalt. In diesem Fall fragen wir hier eben ab, wenn auf der Position Main 1 oder Main 2 ein Inhalt, also eine News steht, dann stellt er das eben so dar. Das heißt also, wir haben jetzt hier oben erstmal die Section-ID Top-Content und dann geht es weiter mit der Section-ID Main-Content. Und hier haben wir dann eben Artikel-ID und hier rufen wir dann eben auch wieder zwei Module auf. Das heißt also, wie gesagt, wenn eines dieser Module eingeschaltet ist, wird dieser Inhalt so ausgegeben. Dann kommt ein Else. In diesem Fall seht ihr wieder Section-ID Main-Content. Hier auch wieder Section-ID Main-Content. Und jetzt kommt erst das, was wir in der eigentlichen Default-PAP drin haben. Das heißt, jetzt fängt der ganze Käse erst an. Gut. Geht bis ganz hier unten und wird mit einem End-IF dann geschlossen. Und hier habe ich mir dann auskommentiert, so sähe die Darstellung aus, wenn wir ein Karussell eingebunden haben. Das heißt also, wenn wirklich auf der Position Viewer etwas dargestellt wird, dann wird das Ganze so gemacht. So, dann haben wir zusätzlich noch dasselbe einmal für den Slider. Also hier ist im Endeffekt der Aufbau genau der gleiche. In diesem Fall ist es aber so, dass der Slider, der soll später, kann ich euch auch nochmal eben zeigen. Hoffentlich habe ich die Seite noch auf. Ne. Einen Moment, ich glaube, ich habe es hier noch auf. Okay. So, zack, der Slider soll im Endeffekt dieser hier sein. Also ihr seht schon, der Kunde wollte hier relativ viel bewegliches Palabra auf der Seite haben. Soll er alles bekommen. Also in diesem Fall, der Slider wird später das hier sein. Soweit bin ich aber, wie gesagt, noch nicht. Also das habe ich auch schon umgebaut, kann ich euch aber noch nicht zeigen. Aber trotzdem habe ich natürlich schon die Möglichkeit eingebaut, dass man den Slider auf dieser Modulposition darstellt. In diesem Fall werde ich vermutlich das auch wieder so machen, dass der Slider dann, ja, entweder ein Menü ist oder... Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Da muss ich eben nochmal schauen. Da bin ich noch dran am Werkeln. Aber hier, worauf ich hinaus will, ist, der Aufbau ist grundsätzlich erstmal wieder der gleiche. In diesem Fall wird das Ganze auch wieder geprüft. So, und zu guter Letzt haben wir dann noch die Ausgabe für den Rotator. Und ihr seht schon, die Ausgabe für den Rotator ist eben absolut minimal. Und das Einzige, was wirklich aus der Default-PHP noch übergeblieben ist, ist das. In diesem Fall wird jetzt hier einfach nur der Item-Text ausgegeben. Und in diesem Fall ist das, worauf auch Sablot zugreift. Das heißt, deswegen habe ich hier auch reingeschrieben, weitergehen wir in der Index-PHP von Sablot. Das heißt, spätestens ab diesem Aufruf hier schaltet er quasi um auf die Index-PHP von Sablot. Und die wiederum sieht dann eben so aus. In diesem Fall wird er uns den ganzen Käse jetzt hier so rausgeben. Das heißt, hier haben wir jetzt die Default-PHP. Und der ganze Trick an der Sache ist jetzt allerdings noch, das musste ich nämlich auch noch machen. Wenn er nämlich jetzt hier etwas darstellt. So, das heißt also, wenn man jetzt hier den Viewer darstellt, wird eben dieser komplette Bereich aktiviert. So, oder wenn er den Slider aktiviert. Dann ist eben dieser Bereich an. Und wenn er gar nichts aktiviert, ist eben dieser Bereich an. Das Problem an der ganzen Geschichte war aber, dass wenn er den Slider eingeschaltet hat oder den Viewer eingeschaltet hat, dass diese Sache immer noch dargestellt worden ist. Und deshalb musste ich hier nochmal ein kleines bisschen eingreifen. Und ich bin also hingegangen und habe jetzt, ich zeige das mal hier ganz oben. Ich habe jetzt hier eine neue Variable gesetzt. Das heißt also, if Document Count Modules Viewer. Das heißt also, wenn der Viewer eingeschaltet ist, dann setzt er hier eine Variable Viewer auf On. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, dann habe ich hier ein Else gesetzt. Das heißt also, wenn der Viewer nicht eingeschaltet ist, dann setzt er die Variable auf Off. Und dasselbe gibt es hier für den Slider On. Und dann haben wir unten natürlich auch wieder die Abfrage Else. Das heißt, hier wird die Variable Slider auf Off gesetzt. Und dann haben wir hier eben vor diesem Karussell. Weil wir wollen natürlich nicht alles doppelt haben. Ich muss natürlich dann dafür sorgen, dass wenn der Slider oder der Viewer ausgeschaltet ist, dann soll das hier angezeigt werden. Aber sonst soll es nicht angezeigt werden. Also ich möchte das ja nicht doppelt haben. Wie gesagt, nur damit ihr das Ganze versteht. Wenn ich den Slider oder den Viewer eingeschaltet hatte, eins von beiden, dann hat der zusätzlich immer einfach das noch zusätzlich hinten dran gehangen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt dann hier zwei so blaue Kästen untereinander. Will ich ja aber gar nicht. Das heißt also, ich musste in meiner Override-Datei eben noch diese beiden Variablen festlegen. Das heißt also, wenn der Viewer auf Off steht oder der Slider auf Off steht. Das heißt also, eines der beiden muss definitiv auf Off stehen. Dann stellt er das dar. Und wenn jetzt gar nichts ausgewählt ist, also in diesem Fall ist es ja sowieso so, dass wir diesen Rotator nur dann haben wollen, wenn diese beiden Sachen auf Off stehen. Das heißt also, der Rotator in seiner Darstellung wird wirklich auch nur dann angezeigt, wenn der Viewer und der Slider Off ausstehen, also if Viewer Off or Slider Off, dann stellt er eben diesen Bereich hier dar. Das heißt also, wir haben hier erstmal Section ID Content, NAV ID Submenü und dann geht es weiter. Hier wird die NAV geschlossen und hier geht es dann weiter mit dem Itemtext. Und ich kann euch nur sagen, das Ganze hat echt vorhin eine ganze Zeit mein Gehirn gefickt. Ich wusste echt nicht, boah scheiße, was machst du denn da jetzt überhaupt? Und irgendwann verliert man sich da auch voll drin. Deswegen habe ich nämlich jetzt auch unter anderem an dieser Stelle jetzt schon dieses Video gemacht, weil ich nämlich genau weiß, wenn ich da in kurzer Zeit wieder dran muss, dann werde ich da dran kläglich verzweifeln. So, damit habe ich euch jetzt erstmal die Darstellung gezeigt, wie man diese Override-Datei so ein bisschen anpasst. Ich mache jetzt an dieser Stelle hier auch wieder Schluss und werde euch im nächsten Video dann zeigen, wie ich jetzt hier diese Index-Datei für Sablot zusammengebaut habe. Ich hoffe, ihr konntet auch hiervon wieder was lernen und wie gesagt, habt ihr ein bisschen gesehen, wie meine Arbeitsweise da ist, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall funktioniert es. Ich hoffe, ihr habt an dieser Serie ein bisschen Spaß und an meinem Gequassel und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, ciao!